Hallo liebe Leute Ich bin euer Silent Und damit herzlich willkommen hier bei Star Wars Battlefront Morgen kommt es raus Die bösen Händler haben es heute schon in den Regalen stehen Und die Server sind ja sowieso schon eine Weile online Durch den EA Early Access auf der Xbox denke ich mal Sollte es da auch keine Probleme mehr geben hoffe ich Wir sind hier im Menü Multiplayer Mission Ich habe noch gar nichts angeguckt Ihr seht es hier Rang 1, 0 Kills, 0 Quoten Ich habe noch gar nichts gemacht Ihr seid direkt mit dabei hier bei meiner ersten Partie Gucken wir mal hier rein was wir hier schon alles haben Freischaltung sammle Credits Indem du spielst investiere deine Credits in Blaster, Sternkarten und Anpassungsobjekte Ich habe ja vor auf meinem Kanal immer wieder Gameplay zu zeigen Hier von Star Wars Es wird ja kein richtiges Let's Play logischerweise Weil man das Spiel nochmal nicht durchspielen kann Es ist ein reines Multiplayer Spiel Ich habe allerdings einige Sachen geplant Und zwar gibt es ja den Multiplayer und die Mission Den Multiplayer werde ich immer wieder einbauen Ich denke eine Folge am Tag oder alle zwei Tage eine Folge mal gucken Je nachdem wie ich Zeit und Lust habe Kommen immer wieder neue Multiplayer Matches Dann werde ich immer wieder mal ein paar Missionen machen Und da würde ich euch auch gerne aufrufen Als meine Abonnenten Wenn ihr Lust an Star Wars habt Könnt ihr mich gerne mal anschreiben Und dann machen wir vielleicht mal eine Session zusammen Die ich dann auf meinem Kanal veröffentliche Ist aber jetzt erstmal für die Zukunft geplant Aber ihr könnt mich ja trotzdem schon mal anschreiben Wenn ihr da Bock drauf habt In den ersten Wochen wird es erstmal nur Geiles Multiplayer geben bei mir Und es wird außerdem auch Guides geben Also ich werde hin und wieder Dann zu den einzelnen Klassen Zu den einzelnen Spielmodi und so weiter Guides raushauen So, soviel schon mal dazu Dann wie immer Schreibt mir in die Comments Ob die Einstellungen so okay sind Ton und Bild Ob der Kontrast stimmt Ob ich laut genug bin Ob das Spiel laut genug ist Und so weiter Ja, gucken wir mal hier Wir haben natürlich noch nichts freigeschaltet Ich habe die Beta auch nicht gespielt Nur angeguckt Auf YouTube Bei den gängigen Oder auch weniger gängigen Let's Playern Ja, jede Menge Granaten Und Waffen Die man hier freischalten kann Scheinbar Ja, ist jetzt nichts weiter Erstaunliches Okay, hier sind auch jede Menge Waffen Ich habe ja schon gehört Dass leider sich die Waffen Wohl nicht Sehr stark voneinander unterscheiden Und, äh, ja Daher eigentlich nicht viel Sinn machen Also es ist natürlich immer nice To have Dann verschiedene Waffen Zur Auswahl zu haben Aber Angeblich sollen die sich Nicht groß unterscheiden So, was brauche ich hierfür Um das freizuschalten? Rang 15 Okay Aber einige habe ich hier schon Freigeschaltet Gut, die sind schon von vornherein Gibt es hier so einen asiatischen Frauen gibt es auch Nehmen wir mal hier den Typen Mensch 6 Mit Bart Yay Daumen nach oben, Junge Das ist der Rebell Jetzt hier Imperium Stormtrooper Ja, die sehen ja eigentlich alle gleich aus Männlich Weiblich Hm Der weibliche hat ein etwas Gebärfreudigeres Becken Als der männliche Ansonsten mit dem Helm Ja nicht viel Unterschied Hier habe ich auch noch keine Freigeschaltet Ich habe ja auch noch keine Credits Okay Stormtrooper Dann soweit Der ist ausgewählt Alles klar Dann haben wir hier noch Emotes Vorausstoß Mieses Gefühl Alles klar Gibt es bestimmt auch noch Ein paar lustige Sachen Haha Robot Dance Yay Da freut er sich Ja, gibt wieder einiges zum Freispielen Man muss ja auch irgendwie bei Laune gehalten werden Season Pass habe ich mir noch nicht geholt Werde ich aber machen Denke ich Es sei denn das Spiel enttäuscht mich jetzt von Anfang an direkt Was sind das denn hier für Sammelfiguren Wohin komme ich jetzt? Was lädt der so lange? Komme ich jetzt in irgendeinen Shop? Oder Erhalte alle Figuren Um eine ultimative Sammlung aufzubauen Und dein Können zu beweisen Ah, okay Das ist quasi sowas wie Achievements Die man freischalten kann Da bekommt man dann hier so Interaktive Nicht interaktiv Was meine ich denn? Fällt das Wort gerade nicht ein Digitale Will ich sagen Digitale Sammelfiguren So Ja, dann gehen wir direkt mal hier Ins Multiplayer Match Mal gucken Wir fangen mal an mit Abwurfzone Das gab es ja schon In der Beta Abwurfzone geht es ja darum Ja, diese Dropzone Da fallen halt so Pods vom Himmel Und die gilt es dann einzunehmen Für beide Teams Das heißt, beide Teams knubbeln am gleichen Punkt Und das macht das Ganze natürlich extrem actiongeladen Dadurch, dass das gesamte Team Wir spielen jetzt hier 8 gegen 8 16 Leute, also alle auf einem Punkt rumknubbeln Ist natürlich für Action garantiert Abwurfzone Java Refugium Auf dem Planeten stürzen Versorgungskapseln ab Die die Rebellen und Imperialen Truppen bergen müssen Wer die meisten Kapseln erbeutet Gewinnt Spielst du mit einem Partner Kann auch dein Partner die Karten deiner Primärwaffen Benutzen Oder was stand da Ja, mit dem Kartensystem Das finde ich so ein bisschen merkwürdig Ehrlich gesagt Dass man Ja, diese Power-Ups Dass das so Karten sind Im Spiel So, wir haben ja jetzt noch nichts freigestaltet Also kann ich hier wahrscheinlich auch noch nichts ändern Wähle ich dann einfach mal aus Ja, kann ich ja eh nicht ändern Wie komme ich ins Spiel Ah, hier Alles klar, Abwurfzone Aktiviere die Rettungskapsel, um sie zu bergen Verteidige die Rettungskapsel Während sie geborgen wird Wie seid ihr die am meisten Rettungskapseln? Birg gewinnt Alles klar Springen wir direkt ins Spiel Start Partner Start Hier kann ich dann die Waffen noch wählen Alles klar Start Wir sind Rebellen Das heißt, wir müssen die bösen Sturmtruppen erledigen So, ich hoffe, ich Stell mich nicht zu dumm an Da war schon der erste Gegner Ich wollte schon nachladen Nachladen muss man ja hier gar nicht Da war doch ein Gegner Ist der tot? Wo ist denn die dumme Kapsel? Hier Ah Okay Irgendwie blinkt es überall Ich kenne die Laufwege auch hier noch gar nicht Waren das alle? Wir sichern die Rettungskapsel Geht ein Powerhub Was ist das? Was macht das? Annäherungsbombe Okay Mhm Hat es mich fast dahin gerafft Ist das dein Gegner? Nein Da ist ein Gegner Aber die halten aber einiges aus Hier die Gegner Oder ich ziele einfach mega schlecht Oder meine Waffe ist einfach scheiße Das kann natürlich auch sein Ah, da hinten ist irgendwie so ein Spawn Da ist ein Mist von denen Die Schweine Rettungskapsel Boah Alter Xeno Instinct Instinct hat mich Gefrackt Mein erster Tod hier im Spiel Was ist denn das da für ein Roboter Den ich mit R1 und L1 aufbauen kann Das kann ich mal ausprobieren Ich kenne die Karte auch nicht Keine Ahnung Ob die in der Beta war Ich glaube nicht Was wäre das nicht in dem Modus? Komm schon Ah, wie Wie funktioniert denn diese Nachlademechanismus eigentlich? Ich muss ja Wenn der Driss überhitzt Dann muss ich ja irgendwie Eine Taste drücken Richtig? Welche Taste ist das denn? Sturmtruppen haben die Rettungskapsel erweitert Dreckigen Sturmtruppen Ah, da habe ich gepennt Ich bin ja zu sehr am rumfraggen Ich muss ein bisschen mehr für das Team spielen Oh, es stirbt Jawohl Boah, der hat aber viel Schaden gemacht Energie regeneriert sich wieder Komm schon Komm schon Jawohl Ich bin immer noch nicht ganz gerafft Wie ich das abkühlen Ich drücke einfach mal hier den Roboter Scannt und attackiert die Gegner Los, mein Kleiner Lauf los Los Er steht einfach nur drum rum Ah, jetzt Die Rettungskapsel gehört uns Bald Ach, cool Der scannt jetzt hier Oder was? Das ist ja wie bei Call of Duty Diese Dieser Scan Wie heißt das? Wie bei Black Ops Ja, Leute, die Black Ops spielen Wissen wahrscheinlich, was ich meine Ah, die müssen wir gerade hier ein bisschen rumballern So, jetzt überhitzt das Okay, da kann ich sehen, dass es überhitzt Ah, alles klar Und dann kommt so ein Kleiner Balken Und den muss ich in Richtung Irgendwann drücken Verstehe So, wo ist denn die Rettungskapsel? Boah, der Sau sack Hab ich ihn aber noch mitgenommen irgendwie Keine Ahnung, wie das bei Lichtgeschwindigkeit geht Dass, äh Dass man hier gleichzeitig stirbt Wo muss ich hin Eigentlich Da hinten, ne Alles klar Hab ich irgendwelche Granaten? Irgendwie nicht, ne Wahrscheinlich kommt das noch Ich hab ja noch nichts freigeschaltet Ich bin ja gerade mal Rang 2 Ah, da haben wir wieder einen erwischt Oder das war glaube ich nur ein Assist Aber egal Sorry So, da kommt doch irgendwo einer Ich seh's doch Ah, da hab ich richtig schlecht geaimt Aber irgendwie trotzdem noch einen Kopfschuss gemacht Keine Ahnung, wie das ging Wahrscheinlich ein bisschen laggy Eine weitere Kapsel Für die Rebellion Auf geht's Sehr geile Map übrigens, finde ich Hier mit den Schluchten Ich kenn mich zwar noch überhaupt nicht aus, aber Macht auf jeden Fall schon mal Spaß Vielleicht liegt's auch daran, dass ich hier Dass die Gegner so unfähig sind Und ich etwas unheimlich krass am Ruhen bin Jawohl Da ist noch einer Stirb Ah, ich hab ihn noch Hab ich ihn noch mitgenommen? Ich bin mir nicht sicher Irgendeiner hat Wieso leuchtet denn hier alles rot? Wieso spawnt der denn hinter mir? Oder ist der gar nicht gespawnt? Ah, da ist wieder irgendwas Thermal Detonator neben mir Stirb, du Schwein! Jawohl Ah, Beschuss, Beschuss Weg Fuck, ich häng irgendwo fest Weiß nicht, ob ich gerade einen riesen Lag hatte Oder Kann ich denn hier jetzt schon irgendwas auswählen? Blastergewehr Wählen, ja Wählen Okay Hände Ja, Hände hab ich auch Das ist schon mal gut Partner Ja, okay Achso, das ist mein Partner Oder was? Was heißt denn Partner? Ach, warte mal Da stand doch eben irgendwas Dass wenn mein Partner irgendwas hat Boah, Alter Der hat aber viel Schaden gemacht Oder die haben zu zweit auf mich geschossen Hm Auf jeden Fall stand da ja irgendwas Wenn mein Partner irgendwas ausgerüstet hat Dann könnte ich das auch benutzen Das ist natürlich praktisch Dass es hier schon Leute gibt Die scheinbar schon ein bisschen Vor mir gezockt haben Obwohl das Spiel ja morgen erst rauskommt Und ich hab ja leider kein Early Access Weil Das gibt's ja nur auf der Xbox Und ihr seht ja hier Playstation Footage Die scheiße Imperialisten Wie ist denn mein Nahkampfangriff? Okay Nachkampfangriff Gibt's also auch Keine Ahnung, ob der was taucht Ich muss erst mal rausfinden Erst mal reinkommen hier ins Spiel Und nach Erst mal lernen Wie die ganzen Skills funktionieren So, da hinten geht's auf jeden Fall Für die Luzi Sieg Jawohl 5 zu 1 Kapseln Herausforderung abgeschlossen Schließe ein Spiel ab Und Rang 3 erreicht direkt Und direkt 23 zu 7 Hier die meisten Kills Die beste Kill-Death-Ratio Aber Xeno Instinct Er hat auch 23 Kills Aber wir sind ja noch am Anfang Wir sind ja noch am Lernen Mal gucken, was ich so freigeschaltet habe Ansatzziele Auszeichnung Rang 3 Wüssten wir ja schon Gucken, wie viel ich da noch geschafft habe Ging ja jetzt ganz schön schnell Direkt 3 Ränge in einem Match Und Boah Und 9 Ne, doch nicht 900 Ich dachte schon 9000 Credits Du bist aufgestiegen Und neue Sternkarten sind verfügbar Öffne deine Freischaltung Um sie dir anzusehen Ja, Freischaltung Öffnen Das gucken wir uns direkt mal an Ich finde ja das immer ultra geil Obwohl das natürlich Ne, das ist Könnte man auch direkt ins Spiel einbauen Dass man das direkt von Anfang an hat Aber ich finde sowas Erzeugt immer unheimlich Suchtpotenzial So Der Mal-Detonator Kaufen wir natürlich direkt Ist ja sowas wie eine Handgranate Keching Freigeschaltet Die Sternkarten in deiner Hand stehen Dir im Spiel zur Verfügung Ja, das funktioniert wie gesagt Alles über dieses Kartensystem Okay Hier kann ich aber noch nichts hinzufügen Oder? Wie funktioniert das? Terminal-Detonator Okay, den kann ich jetzt aussuchen Ob der auf Rechter-Taste oder linker-Taste ist Den mache ich mal Auf die linke Das ist schon okay so Und hier kann ich aber nichts Doch Ich kann hier noch was kaufen Und zwar die Scout-Pistole Eine leichte Seitenwaffe für die Neutralisierung von Gegnern auf kurze Distanz Verliert mit Zone der Entfernung deutlich an Effizienz Hm, ja Ich bin ja eigentlich mehr so ein Fan von Blaster Also der Blaster war jetzt eigentlich so gesehen nicht schlecht Aber ich werde sowieso alles mal ausprobieren Also hauen wir die Scout-Pistole auch direkt mal raus Soll der Geiz Scout-Pistole Kann ich das auch direkt ausrüsten? Hand Muss ich hier wahrscheinlich wählen, oder? Oder ist das eine Sekundärwaffe jetzt gewesen? Hm, verstehe ich nicht ganz Hier sind auf jeden Fall schon zwei Zwei Pistolen, die ich eigentlich auch schon freigeschaltet habe Scheinbar, aber jetzt kein Geld mehr für hab Wo ist denn diese Scout-Pistole? Achso, oder war das Muss ich jetzt auf Rebell gehen? Moment Wie komme ich denn auf Rebell? Äh, Rebell? Hallo? Okay, ich kann jetzt kommen Irgendwie gerade nicht auf Rebell Hm Keine Ahnung, warum das gerade nicht geht Vielleicht war das Diese Scout-Waffe Eine Waffe nur für Rebellen Keine Ahnung Muss ich mich mal genau reingucken Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein Für die erste Folge, Leute Eine Folge Eine, äh Eine Dropzone-Schlacht Und in der nächsten Folge geht es dann weiter Mit weiteren Multiplayer-Schlachten Also schaltet wieder ein, Leute Ciao, ciao Euer Silent